Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und wer war dann dieser Junge? Welcher Junge? Der dich hier mit dem Motorrad abgesetzt hat. Es hat mich aber keiner hier abgesetzt, oder haben Sie das etwa gesehen? Ich nicht, aber du wurdest von Herrn Jalil beobachtet. Frau Direktorin, der ist blind und sieht doch nichts. Sei nicht so frech, hörst du? Er ist nicht blind, er sieht nur nicht gut. Jetzt mal rein hypothetisch. Nehmen wir an, ich hätte kein Hijab im Auto angehabt. Mein Auto ist doch privater Raum. Ich frage mich gerade, wie Sie auf diese Idee kommen. Sie mag aber lieber fröhliche Farben. Rot, gelb oder grün. Selena, komm mal gucken. Nur die? Aber die will ich alle gar nicht haben. Bei deiner Schulfeier musst du aber eine dieser Farben tragen, eine andere geht nicht. Das hier ist doch ein schönes Silbergrau. Warum nehmen Sie denn nicht den Namen Ihres Lieblingsautors? Der Name ist nicht so schön. Aber wenn der Hijab runterrutscht, einfach so aus Versehen, ist das eine Straftat? Das passiert aber nicht, wenn man es nicht will. Und was falls doch? Dann sind Sie in dem Moment eine Straftäterin. Er hat dich mit Sicherheit an deinem Gang erkannt. Aber was für einen Gang habe ich denn bitte? Du hast einen watschelnden Gang. Nein, schau, wie hübsch du aussiehst. Ist doch hübsch. Wenn du es so hübsch findest, warum trägst du es nicht? Nein, schau, wie hübsch.